Jans und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot Level 5, Sündige Fire. Speedrun kann man wieder vergessen, 15 Schläge mit aufgeladenem Tritt. Okay, spielt wahrscheinlich keine Rolle. Ich würde den Tritt-Slave wieder nehmen, also Tritt, wie auch immer er heisst. Einfach 15 Schläge mit Tritt. Mit diesen schon können wir vielleicht 5 auf einmal oder so nehmen. Du siehst nicht besonders wüst aus. Du musst neu sein. Oder hast du was zu verperken? Du raffinierter Bastard. Die Wüstlinge sind die Besten. Ein Verbrechen gegen den Himmel, höchstpersönlich. Krimineller geht nicht mehr. Und wir haben den meisten Spaß. Da können sonst nur die Trampoline mithalten. Trampoline, was sind das jetzt? Was? Praise the pig. Das ist vorzüglich. Er hat es wieder mal geschafft. Niemand kann Dekadenz so gut wie Pizza-Proll. Pizza ist gar nicht mein Ding. Aber ich liebe die Soße. Das ist Ketchup. Aber okay. 2 Salami plus einmal mit Pilzen. Das macht... Ja, die 4 übertragen. Ja, die Zähler streichen. Minus 7. Also x gleich Logage. 3 b plus c in Quadrat gleich macht abgerundet plus 24 partielle Ableitung minus den Rest von 12,6. Was ergibt... 3... 3 Pizzas. Okay. Sag das doch. Wir warten auf das neue Pizza-Proll-Produkt. Seine Belege sind die teuersten. Und somit auch die besten. Und wir werden die ersten sein, die sie probieren. Mach mich an, Pizza-Proll. Gestern der richtige Anhänger von denen. Richtige Anhänger. Fuss-Petischist. Mitglied in einer sündhaften Gang zu sein hat echt Vorteile. Billig Pizza zum Beispiel. Leider vertrage ich keine Pilze. Das war schon in meiner letzten Gang ein Problem. Da war Fuss-Pizza Pflicht. Nope. 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 Und nope. Menno. Ich war gerade fertig mit Putzen. Woher kommt dieser ganze Käse? Warte, ich helfe die mal kurz. Weggäse. Ähm... Mhm. Die Kontaminierer beliefern uns mit ganz viel Gas. Und jeder weiss, dass Pizza aus dem Gashof am besten schmeckt. Ich weiss es ja nicht. Ups. Ich war's nicht. Schule. Schule. Je näher man dem inneren Kreis der Wüstlinge kommt, desto sündiger und massloser wird es. Diese Praktikanten müssen aber erst noch üben. Wir haben Hähnchen. Ich hatte ja ein zweites Stück Pizza. Ich will ganz lange aufbleiben. Das war's mit Hähnchen, Hähnchen, Hähnchen und Pizza. Jetzt geht's los. 15 Schläger mit aufgeladenem Tritt. Willkommen, Angerfood. Please sit and enjoy your party. XOXO. Hm, lecker Kuchen. Dann weißt du ja schon, dass wir hier sind. Okay, da wird's gleich gleich. Abgehen. Okay, wie soll ich denn bitte erwischen? Gib mir kurz eine Waffe. Wartell ist eine Waffe hingetan? Nein, nein, nein. Wusste ich's. Ähm, ja. Was bist du? Alles gut. Alles gut. Das ist natürlich dies mit den Schlangen wieder da oben. Ich glaube, das wird schwierig, das hier auf 100% zu machen. Beim Gegenden. Okay, Jan, komm mal her. Okay, interesting. Okay, geht's weiter. Okay, ich glaube, das ist der richtige Weg. Daher gehe ich erstmal zurück. Schau mir die anderen Türen an. Okay, geht's mal gleich. Keine Schlangen, oder was? Hm. Da oben hängt ja auch irgendwie schon einer, der schläft. Wie kommen wir denn an den ran? Mies. 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 Mies, mies. Soll ich das? I see. Hier geht gleich die Party ab. Wenn ich den Schalter betätige, bitte. Oh ja! Noooo! Okay. Kurz mal sammeln. Die Schuhe sind nice! Ich hatte eine andere Waffe, danke. Wait! Hä? Ah, okay. Dann geht es da doch nicht weiter. Okay, dann ist der Raum gleich in der Mitte. Party. Party, party hard. Ja gut. Dann, äh. Let's fucking go. Kurz noch ein paar Bierchen. Okay, das wird lustig. Das sind drei Stück. Okay, da waren auch noch Mäuse dabei. Okay, da kommen noch Mäuse. Ah, das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Okay. Okay. Lege, lege man es am Start immer. Der ist hier eigentlich groß zum Schauen, wie es geht, ne? Okay, hier war nix drin. Da, fuck. Eintreffen von den Leuten und dann ist weg. Dann ist man weg. Dann ist man weg. Was ist denn passiert? Oh. Warte, die Waffe gerade lassen. Da. What the fuck? Komm, dein Problem. Ein TV hochgesailt. Okay, falls da jemand ist. Okay. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich weiss halt nicht, ob die Schlangen da irgendwie unter jeder einzelnen Kachel sein können, sonst wäre es ziemlich mies. Oh, die hat zerflittert. Jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, es ist schlauer runterzugehen, den normalen Weg zu gehen, da runter und dann die anzulocken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das doof. Okay, eine wenige. Zwei Leute mindestens. Okay. 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 Okay, so fuck you as hell. Fuck you as hell. Geh mal kurz ein bisschen weg. Vielleicht beruhigen sie sich. Ich brauche sowieso wieder eine Waffe. Danke sehr. Shit. Die haben sich festgepackt. Das ist doof. Das ist ziemlich doof. Von da kamen wir. Da drüben ist der Exit. Ich gehe einfach mal in den Exit. Ich meine, was soll ich da machen? Schade. Aber ja. Haben wir nicht geschafft? Okay. Mit einem aufgeladenen Tritt. Ich hätte gedacht. Ich hätte gedacht. Ich hätte gedacht. Ein aufgeladenen Tritt ist ein aufgeladenen Tritt. Oder gab es da noch eine andere Funktion? Mit den Schuhen, die ich vergessen habe. Kann gut möglich sein. Aber das war es zuerst mal wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.